Ich glaube, die größte Gerechtigkeitslücke, die wir in der Gesellschaft haben, ist, dass Kinder die gleichen Chancen haben müssen. In Augsburg suchen jährlich rund 100 Kinder Platz in einer Pflegefamilie, kurzfristig oder auf Dauer. Wenn wir Kinder in Pflegefamilien geben können, ist das besser, als sie in Heime zu geben, obwohl die Heime auch einen guten Job machen. Die Stadt Augsburg sucht Familien, die einem fremden Kind ein Zuhause geben. Darum bemühen wir uns, diese Quote zu erhöhen. Das kommt diesen Kindern und auch der Gesellschaft zugute. Pflegeeltern erfahren im Gegenzug Liebe und Dankbarkeit von den Kindern. Kinder machen Eltern glücklich, auch Pflegeeltern. Das Beste, was wir im Leben gemacht haben, ist, neun Kinder zu haben. Pflegefamilien geben Kindern Halt, schenken ihnen Geborgenheit und Freude. Pflegefamilie sein. Eine Initiative der Stadt Augsburg.